Hi, mein Name ist Georg Schober. Ich möchte euch recht herzlich auf unserem YouTube-Kanal begrüßen. Ich bin Luther Liebe, Black Belt und Head Coach von Cagewood MMA. Wir wollen euch Videos vorstellen, Techniken vorzeigen, die auch im realen Kampf, im Cage oder im Ring angewandt wurden. Im Hintergrund seht ihr jetzt Ausschnitte aus unseren letzten Kämpfen. Wir wollen euch hier Techniken zeigen, die nicht nur schön ausschauen, sondern auch Techniken zeigen, die im Kampf, im Cage oder im Ring funktionieren. Wir zeigen euch immer wieder in unseren Videos kurze Sequenzen, Ausschnitte aus unseren Wettkämpfen, wo wir diese Technik erfolgreich angewandt haben. Unsere Fighter sind in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewesen und ich hoffe, es ist für den einen oder für den anderen von euch etwas dabei, das auch ihr in euren Wettkämpfen verwenden könnt. Ich werde immer wieder gefragt, habt ihr keine Probleme damit, Techniken vorzuzeigen? Ihr seid leicht durchschaubar. Bei den zukünftigen Wettkämpfen kann man euch leicht ausrechnen und so weiter. Nein, wir reiten uns auf jeden Kampf speziell vor. Wir chatten zuerst einmal die Gegner. Wofür kommen die? Was machen die? Ringen die? Boxen die? Grappeln die? Und stellen uns dann auf diese Gegner ein. Also es ist für uns kein Problem, irgendwelche Techniken herzuzeigen, da unser Repertoire riesengroß ist. Ich wünsche euch bei den kommenden Videos viel Spaß. In diesem Sinne, train hart, fight smart. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.